Mache es dir nun bequem. So sinnlich kann Studieren sein, Studenten der Uni Trier und ihrer akademisch gestählten Körper. Die geistige Elite des Landes hüllenlos. Also ich bin stolz, wie ich aussehe und warum soll ich das nicht zeigen, solange ich noch jung bin? Also ich habe überhaupt kein Problem mit Nacktheit. Ich gehe in die Sauna, ich finde es ästhetisch, schön oder natürlich, aber ich habe eigentlich kein Problem damit. Auch ihre männlichen Kommilitonen machten sich blank für den neuen Unisex-Kalender 2013. Ein Kerl mit Möpsen, wenn das mal kein Einfall ist. Die Idee war von mir gewesen, dass ich ein Bild mit meinen Möpsen mache und die Idee, wie wir es dann machen, wie es umgesetzt wird. Und wie man es aufbaut, das war dann mit dem Fotografen zusammen, haben wir das erarbeitet. Den Kommilitonen oder die Zimmernachbarin so sehen, wie Gott sie schuf. Die Idee des Aktes stammt von ihm, Uli Wagner. Was Hugh Hefner für den Playboy ist, ist er für die Trierer Studenten. Eine Art Nacktpapst. Der Psychologiestudent ließ in der Vergangenheit auch gerne selbst mal die Hüllen fallen. Also ich habe früher schon als Aktmodel gearbeitet und ich finde es einfach angenehm. Also es ist eine sehr spaßige Sache. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es Exhibitionisten sind, ich würde sagen, dass es Leute sind, die mit sich selbst sehr im Reinen sind. Also die wissen, wie sie wirken und sind auch damit glücklich. Und die haben dann Spaß dabei. Der erste Aktkalender ging übrigens im vergangenen Jahr über die Ladentheke. Damals noch unter schweren Bedingungen. Das größte Problem war, dass die Menschen gedacht haben, wir sind zu vulgär. Und das haben wir natürlich letztes Jahr versucht zu entkräften, indem wir uns explizit der Nacktheit entziehen. Also wir probieren den Menschen eher als Inhaltsbestandteil des Bildes zu kreieren. Und deswegen kommen wir überhaupt nicht in die Nähe von irgendwelchen vulgären Bildern. Die Aktfotos haben tatsächlich nichts Pornografisches an sich. Sie sind schön, pfiffig und einfach gut getroffen. Dabei gab es noch nicht einmal ein Casting. Die Macher haben einfach die ersten Bewerber genommen. Der Drang, sich zu entblättern, ist groß. Ich würde es machen. Ich bin halt selber nicht an der Uni hier, deswegen. Aber vielleicht nächstes Jahr. Auf dem einen Foto, ich glaube, es ist der August, ist mein Freund drauf und ich kenne ihn ja so. Also ich finde es halt vor allem mutig. Ich glaube, ich würde mich halt selbst nicht dazu zur Verfügung stellen, muss ich ehrlich sagen. Also insgesamt finde ich das Projekt toll und finde ich die Bilder vor allen Dingen auch sehr ästhetisch. Wie das Bistum Trier zu diesem Akt der akademischen Selbstentlösung steht, ist nicht bekannt. Dass der Erlös aus dem Verkauf des Kalenders an einen wohltätigen Zweck geht, wird man aber sicherlich auch dort als einen Akt der nächsten Liebe sehen. Das war's.